Jaja, ach fängt schon an. Wie du um die Olle geguckt war. Wo bin ich denn? So, mal gucken welchen tollen Killer wir heute haben. Och, ist das dein Ernst? Renn weg, renn weg! Ist das doch du gewesen, oder? Wer ist denn der Killer? Ein Hase, genau, kenn ich ja. Na, f***! Ein Hase mit Axt, oder was? Ich bin ja wohl, du Häschen, du Scheiße. Ich bin ja auch verlebt. Entschuldige diese Karte, ich mag die Karte. Oh nein! Nein! Oh, soll ich weggehen? Wer ist das? Was tut das? Hast du gerade mal hier vorne gemacht? Ich hab jetzt eine Hilfe. Ich hab jetzt ein Medi-Pack, das kann ich ja sogar gebraucht. Ich hab nur in der Ecke jetzt mal stecken. Hallo, geh weg! Ich heil mich selber. Ich hoffe mal, das reicht auch so lange. Wenn ich mich jetzt einmal verdrücke, reicht das nämlich glaube ich nicht. Ach, Gott sei Dank. So, ich bin wieder fit. Also, ich kenn diesen Hasen nicht. Kennst du irgendjemand mit einer Hasenmaske als Killer? Ich kenn ja nicht viele Sachen mit sowas. Deshalb brauch ich die ja. Aber ist ja meist ausgedacht, das ist ja nicht nur... Kann die nicht sitzen bleiben, so ohne sich drücken. Ich muss da nämlich mal eine Katze rauslassen. So. Wer denn? Äh, hier, Josch. Der ist glaube ich hier in der Nähe, der Killer. Ich hör zumindest aus irgendeinem Singen. Ja, aber das ist wie Kamkabami. So ähnlich. Hab ich auch erst gedacht. Was? Scheiße! Ja, ich seh ihn. Oder er ist. Oder... Scheiße! Und jetzt auch noch verkackig. Gott, bin ich dumm. Jetzt bin ich in irgendeinem Keller, der ziemlich... ...flicky ist. Was kann man denn hier unten machen? Hallo! Oh, hier kann man aufgehangen werden. Da hab ich hier natürlich richtig, ne? Aber hier ist ne Kiste. Eine schöne Kiste. So, was haben wir da drin? Und ne Taschenlampe. Die kann ich wieder nicht gebrauchen. Ich krieg Punkte dafür, wenn ich im Keller rumreite. Und hier ist ein Generator. Und jetzt darf ich das sogar nicht verkacken, weil sonst kommt die hier sofort hin. Ja. Wenn dieses Geräusch kommt, ob die hier immer schon voll aufgeregt sind. Ja. 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 Jooh. Juhu. Juhu. Hier ist noch ne Ruhe. Guck ich doch lieber meinen hier. Also, ich glaub ne Taschenlampe, das ist glaub ich das, was du am wenigsten gebrauchen hast. Glaub ich. Und da, was ist da drin? In der Tasche. Scheiße, mein Arsch guckt raus. Was ist das hier denn? Kann man das gefuckt machen? Oh, du wurdest gehauen. Ja, ich wurde gleich getroffen. Seid ihr draußen? Ja, ich bin draußen. Okay. Weil ich bin nämlich in irgendeinem Keller oder so. Womit schießt du einen ab oder so? Ja, weiß ich. Hat der bei mir auch. Ach, der hätte dich gar nicht getroffen, sondern nur abgeschafft. Und es war klar. Habe ich mich erschreckt, Mann. Oh, noch einer? Scheiße. Ja, das wird jetzt schwer, euch beide da irgendwie. wieder rauszukriegen. Der eine hängt schon. Du liegst doch irgendwo oder? Ja, ich lieg hier. Okay. Ich habe gleich einen Generator und fertig. Wenn ich mich nicht mehr drücke. Ich bin irgendwie... Komm schon. Komm schon. Komm schon. Komm jetzt in deine Richtung. Komm langsam in deine Richtung. Ist der bei dir? Warte, wo ist der hier sein? Ja. Scheiße, ich glaube nicht. Ich häng dich ab. Da ist der hier. Boah, der Arsch. Ich bin im Gebäude. Neben mir. Ja. Hat er dich wieder aufgehangen? Ja. Was macht der jetzt? Weiß ich nicht. Ich muss gerade... Ja. Komm mit oben ins Haus. Hier rein direkt? Ja, ins Haus. Ja, ins Haus. Ich hoffe mal nicht, dass sie jetzt hinkommen. Wo bist du? Oben. Ja, bleib da stehen. Ja, ich bin... Warte. Warte. Ja, heil mich mal. Oh. Diese scheiß Skillchecks. Ja, ich hasse es. So. So. Da bist du wieder ganz. Okay, der andere hängt da hinten. Ja. Was macht er jetzt? Kommt der jetzt hier hoch? Oh Gott, hoffentlich nicht. Ach, der ist tot? Scheiße. Also wir brauchen nur noch einen Generator. Siehste, ich komme hier schon nicht mehr lang. Neben dir. Ja, weil er zu fett ist. Ja halt, als ob ich zu fett wäre. Der kommt, glaube ich. Ja, ich spring jetzt aus dem Fenster. Tschüss. Ich auch. Wir müssen einen Generator suchen. Der ist schon an. Hm. Aber den kann man nicht nehmen. Wir brauchen nur noch einen. Das ist ja cool, wenn er hier direkt einer wäre. Weil hier ist der Ausgang. Aber der ist auch schon an. Scheiße. Ich weiß nicht, wo noch einer ist. Uh. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wo der Kinder ist. Da ist einer. Aber der ist direkt in der Mitte. Da ist der, der kommt ja. Scheiße. Das blöde Gesänge geht aber auch ganz schön am Kekse. Gut, solange wir jetzt gebraucht haben, hat der andere den Generator gemacht. Aber er ist hinter mir her. Ich muss... Ich wüsste, wo du bist. Okay, hier ist der andere bei mir. Aber wo bist du? Sag mal was, was du siehst. Ach, du bist schon beim Ausgang. Ja. Ja, ich bin in der Nähe auf jeden Fall. Er nimmt dich hoch. Ich mach den Ausgang auf, ich mach den Ausgang auf, ich mach den Ausgang auf. Ich mach ihn auf, ich mach ihn auf, ich mach ihn auf. Und tschüss. Und du hängst. Ah, ich bin tot. Okay. Ich bin im Keller. Komm mal zu bei dir. Zum Killer kannst du aber nicht zugucken, oder? Ich glaub nicht. Nee, das wär auch unfair. Warte. Nee, kann ich nicht. Wo ist denn jetzt der Ausgang gewesen? Ja. Okay, mein Kumpel ist auch hier. Aber der Killer kommt. Aber ich mach ihn auf, ich mach ihn auf, ich mach ihn auf. Ich mach ihn auf. Oh, das wird echt knapp. Das wird echt knapp. Scheiße. Boah, vor allem die Bresse. Scheiße. An Wichser. Das mit dem Wickeln ist ja wohl auch scheiße. Kleiner drücken als ich, geht gar nicht. Ich hab die Fahrenheit. Äh, Finger hier. Ja. Ja. Jetzt wartet der bestimmt davor. Ich versuch den kaum. Dann klappt das ja einmal. Komm schon. Komm schon, dummer Uhr. Zu blöd zum Kumpen. Ah, Manu. So, das reden wir jetzt mit nur einem. Punkt. Was?